Schön, dass du da bist. Normalerweise ist der Zutritt hier für Fahrgäste verboten. Aber heute machen wir eine Ausnahme für dich. Sie wollen wissen, wie das geht? Ja, ganz einfach. Sie klicken auf einen Button und wählen eine Frage aus. Warum wir hier sind? Um dir einen Einblick in etwas Wichtiges zu geben. Be me up, Scotty. Das ist übrigens der Notaus. Wenn ich hier raufhaue, dann bremst der Zug mit allem, was er hat. Achtung! Spaß, wir stehen ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.